Herzlich willkommen zu diesem kleinen Info-Video. Schon mal vorweg, heute wird wahrscheinlich kein weiteres Video mehr folgen, da ich gerade ein bisschen im Stress bin vom Lernen und all so im Dreck kurz vor den Ferien. Ihr kennt es bestimmt alle, die Lehrer klatschen alles voll mit Terminen für Arbeiten und dazu kommt auch, dass ich gerade nicht so die beste Laune habe momentan. Und ja, ich möchte euch einfach kein Video andrehen, wo ich überhaupt keinen Bock zu habe. Und ich komme jetzt einfach mal direkt zum Thema. Und zwar startet ja wieder das Schmerzturnier 2014. Was heißt wieder? 2014 kann es nur ein Schmerzturnier geben. Also startet wieder das Schmerzturnier von Vectic, German Survivalist und The Reaper. Und ihr könnt euch schon denken, wenn ich ein Video dazu mache, ja klar, ich bin dabei. Mit meinem Team The Zombieslayers, TZS. Dazu komme ich jetzt gleich. Und zwar möchte ich von euch gerne wissen. Also ich würde das Ganze eh mitschneiden. Und ja, es gibt jetzt halt dann die Möglichkeit, dass ich entweder die Runden, die kompletten Runden alles aufnehme und dann hochleide. Aber wahrscheinlich dann erst nach dem Turnier, da sonst die Möglichkeit für unsere Gegner besteht, dass sie sich die Videos angucken könnten, wenn sie das vorhaben. Oder wissen, dass ich auf YouTube bin und so. Also ich will da kein Risiko eingehen. Nicht, dass sie dann irgendwie unsere Taktik kennen und alles. Und ja, entweder halt würde ich das dann die vollen Runden bringen nach dem Turnier oder so machen, dass wenn das Zombie, also das gegnerische Zombie-Team ausgeschaltet ist, dass wir, dass ich dann ab da aufnehme. Weil da sieht man dann eh nicht mehr so viel von unserer Taktik. Und dann halt nur noch Endscore und sowas. Und ja, das würde ich dann sonst direkt hochladen. Das ist jetzt halt eure Entscheidung, was ihr sehen wollt, ob ihr es erst nach dem Turnier sehen wollt oder direkt nach dem Spiel. Und noch dazu gibt's halt die ganzen Infos zu dem Turnier, gegen wen wir spielen und sowas. Werde ich nicht immer ein extra Video zu raushauen. Das interessiert ja jetzt nicht so alle. Das kann ich mal zwischendurch im Video erwähnen. Aber immer die neuesten Infos gibt's auf jeden Fall auf meiner Facebook-Seite. Die wird irgendwo hier im Video so hochploppen oder sowas. Also hier wird irgendwie eingeblendet. Ansonsten ist es auch in der Beschreibung für die Handynutzer. Die können glaube ich nicht auf den Link aufklicken für ein Video, wenn ich das überhaupt verlinken kann. Weiß ich gar gar nicht. Naja, egal. Zu meinem Team. Ich spiele halt bei der Zombie Slider, kurz TZS. Ich bin der Käpt'n des Teams. Mit dabei ist dann noch Zombie Nesky und Chiller Killer 07. Und ja, wir hoffen mal, dass wir ziemlich weit kommen, gut abschneiden werden bei diesem Turnier. Das ist zumindest unser Plan. Ich nehme so mindestens das 16. oder 8. Finale an. Mal gucken, wie das so laufen wird. Vielleicht sind ja auch die einen oder anderen von euch dabei. So zur Info, wir spielen auch vor Playstation 3. Ich kann das Screenshot mal einblenden, wo ich uns markiert habe, so auf der Liste von der Seite von Backdick. Und ja, das Video ist jetzt auch zu Ende. Wie gesagt, müsst ihr jetzt entscheiden, wie ihr das haben wollt zum Zombie-Turnier und alles. Und wie gesagt, die neuesten Infos dazu und auch normale Infos gibt's auf meiner Facebook-Seite. Wenn ihr nichts verpassen wollt, solltet ihr da auf jeden Fall ein Like da lassen. Und das Video ist jetzt an dieser Stelle auch zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch eine positive Bewertung da. Darüber würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und wie gesagt, immer schön in die Kommentare schreiben und ein Abo da lassen, um nichts mehr zu verpassen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.